denn es gibt viele menschen die gerne die erde verändern wollen und oder die erde retten die menschen retten wollen und jeder der zu mir kommt sage ich bitte retten nicht die menschen weil du verlagerst wieder alles nach außen rettet dich und wenn du bei dir selber schaust und das ist das was du jetzt gemacht hast wenn du bei dir selber schaust was ist das thema wenn du authentisch wirst wenn du dich traust mit dich mit deinen themen mit der traurigkeit zu zeigen dann heilt man so schnell und es berührt und inspiriert inspiriert so viele menschen das heißt indem man sich selber heilt heilt man die anderen weil sie dann sagen guck dir den an oder sie wie sie sich traut und wie sie berührbar ist und das berührt die menschen und schon sind die die das gleiche oder ein ähnliches thema haben gehen in resonanz es fängt was an und das ist also wer die erde retten möchte der rettet bitte sich selbst weil dadurch geschieht dann der rest